Was hast du im Hotel kennengelernt? Im Hotel habe ich einen Mitpatienten kennengelernt, ein Schweizer, der ist gestern bei euch, ist OP gemacht worden. Ich war so ganz erstaunt, wie er heute Mittag mit neuen Zähnen mit einem neuen Gesicht am Tisch saß und konnte mit uns normal Mittagessen. Da habe ich gesagt, du hast alles richtig gemacht. Ich habe auch mit meiner Frau noch telefoniert. Und er sagte zu uns, du bist ja schon mal da gewesen zur Untersuchung, bist du immer noch so positiv eingestellt. Da sage ich, immer noch. Ich sage, ich bin überzeugt davon, dass ich mit Denzerfreien die richtige Wahl getroffen habe.